Für den Erfolg Riesendurst müsst ihr auf die Map Remnant. Dort fliegt ihr zu diesem Stein hier gegenüber dem großen Turm. Nehmt euch am besten den Sniper, um das zu vereinfachen. Visiert genau diese Stelle hier an. Dort werdet ihr die Dose sehen. Wenn ihr die Dose abgeschossen habt, wird sich der Erfolg freischalten.